Na dann, Mini, beginnen wir mit unserer großen Tour. Oh, ich freu mich ja so, Madrid zu sehen. Oh, der A-Restro-Flohmarkt ist großartig. Ach, Miki, ich könnte den ganzen Tag hierbleiben und bummeln. Was für ein schönes Fleckchen. Mini, da ist ein... Eine Bluse? Bännchen? Babuschka? Bulle! Pass auf, pass auf! Stell hier rein! Wir haben ihn abgeschüttelt. Donas y Caballeros, meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen Flamenco-Tanzwettbewerb. Und der Schirmherrschaft von Spaniens mustergültige Flamenco-Tänzer, Rudi El Rosso. Oh, leh! Hey, ich möchte auch ein bisschen Flamenco tanzen. Upsi! Was soll denn das bedeuten? Ich bin auch ein Flamingo-Tänzer, ja. Ich habe meine eigenen Flamingos mitgebracht hier. Fantastico! Wir haben einen neuen Teilnehmer, El Goofo! Das wird ja immer besser. Oh, Micky, der Parke del Retiro ist einfach wundervoll. Ah, das perfekte Plätzchen für das perfekte Picknick an unserem perfekten Tag. Lass uns essen! Der Bulle, er ist zurück! Schnell, Mini, verschwinden wir von hier! Puh, das war aber knapp! M-m-m! Untertitelung des ZDF für funk, 2017